so jetzt mal ein kurzes video zum reinigen der fahrzeuge ich mache das so ich wäre froh wenn ihr mal eure tipps und tricks hier und die kommentare reinschreiben könnt ich hab mir extra ein druck sprühe geholt und ich nehme hier von cs das super clean damit sprühe ich hier erstmal ein lass das ein bisschen einwirken und dann werde ich mit dem druck sprühe den dreck wegblasen also ich gesagt habe hier oben gibt es eine düse hat man einfach einmal in strahl oder ein sprühe wo es halt nicht so direkt ist kann man natürlich auch hier oft aufgehen damit das nicht sprüht wenn man es nicht benutzt so dann sprühe ich das ganze mal ein auch hier die chassiplatten nur ich lasse natürlich was ich weglasse ist natürlich die elektronik die sprühe ich jetzt nicht ein so hinten habe ich schon gemacht jetzt kommen wir mal vorne dran wie gesagt ich sprache die elektronik aus als ich die wäre ich jetzt nicht einsprühen weil die ist nicht immer wasserdicht oder nicht wirklich also das sollte da verhindern ihr könnt natürlich das ganze verdecken mit folie oder ähnlichen damit das gar nicht erst da wasser bzw das reinigungsmittel dran kommt vielleicht eine folie drüber ziehen das wäre eine alternative und das wäre ich hier bei meinem korall genauso machen und darauf achten dass ich nicht die einspult die elektronik so wenn ich das getan habe kommen jetzt hier noch meine felgen dran sind natürlich auch ziemlich dreckig geworden so das ganze was ich dann einwürgen und dann lasse ich das hier einwürgen für ein paar sekunden für ein paar minuten und dann werde ich mit dem drucksprüher angehen ja schon ganz schön verdreckt das fahrzeug hier so dann müssen wir hier in dem drucksprühgerät erstmal druck aufbauen ist ja bis drei bar und dann können wir das ganze nutzen muss ich bloß mal die hand wechseln übrigens habe ich hier wasser rein gemacht und dann seht ihr wie schön das hier weg geht und sich der dreck löst so 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 So, jetzt kommt es ein bisschen weiter. das gleiche geht natürlich hier bei den felgen da gehen die harten dreck batzen auch ab und was ich noch sagen wollte war ein moment hier übrigens das ist biologisch abbaubar also hier steht das noch mal irgendwann das gelesen also keine sorgen mit dem umweltschutz umweltfreundlicher schmutz also schutz ja zwischendurch müsst ihr natürlich hier wieder aufkommen dass genug druck drauf ist bis zu treiber fünf leder gibt es in verschiedenen dosen größen und dann kann man das hier schön ausspülen ich mache jetzt weiter und zeige bestanden das fertigergebnis so und wenn ihr fertig seid nehmt euch einfach ein tuch kann er das ganze trocken wischen dann nehmt ihr euch eine pinzette eine zange oder ähnliches und könnt ihr auch noch hier den dreck von den cardanwellen weg machen genauso da hinten das rausnehmen dann nehmt ihr euch kugellageröl und schmiert beziehungsweise macht einen tropfen an die kugellager von außen und innen genauso hier genauso bei den radmitnehmern hier hinten und macht dort ein bisschen fett ran hier damit die gelenke nicht trocken laufen aber dann sieht das fahrzeug wieder wie neu aus also komplett sauber ja klar die schassiplatte ist natürlich jetzt kratzt das könnte nicht verhindern hier wäre vielleicht ganz interessant und es gibt jetzt noch dran zu machen damit das geschützt ist genauso wie vorne aber so sieht das dann geputzt aus zumindest fast fertig und wie gesagt ein bisschen lageröl hier ein bisschen fett dran an die gelenke und dann passt das schon dann wieder alles kontrollieren ob alles leichtgängig ist hier die lage funktionieren wie gesagt öl dran machen damit die schön eingeölt sind die lager mit die wieder leichtgängig gehen mit einer pinzette hier den dreck noch raus machen die man nicht rausgekriegt hat jetzt ja und dann kann es wieder losgehen ja könnt ihr erzählen wie ihr es macht wie ihr euer fahrzeug reinigt ja vielleicht kann ich noch was dazu lernen und andere auch und aus euren erfahrungen quasi lernen bis zum nächsten Mal